Jetzt mit O'Koin, noch mal O'Koin und Wesslau, Präsentat vom Goalie der Kölner Heide. Wesslau ist da mit dem Schon. Gustav Wesslau hält alle drei Penaltys im Penaltyschießen und damit in seinem ersten Spiel für die Kölner Haie gleich den ersten zum Fest. Und jetzt gibt es die 2 auf 0 Kontermöglichkeit. Zehn Sekunden vor Schluss. Faser, Doppelpass und Wesslau! Unglaublich! Sprecher, Doppelpass und Wesslau Kölner Heide. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.